Ja, danke, ich küsse dein Herz. Oh mein Gott, du Motherfucker. 6, 7, 7, oh, geile Anlage. 6, 7, 7, 7. Oh mein Gott, was ist das denn, Dicker? Was fand ich davor angeschaut? Ah! Einnahmen, Einnahmen. Wie verdoppel ich die Einnahmen? Wie? Was geht ab, YouTube-Berbs? Willkommen zu diesem Horrorvideo hier auf einem Gaming-Kanal. Ich hoffe, euch geht's. Blenden wir aus, bevor wir haben gerade eben ein Chöp-Spiel gespielt. Deswegen mit voller Hoffnung, gutem Elan, guter Laune im Stream. Gehen wir jetzt direkt ins nächste Spiel rein. Sweet, 7, 7, 6. Wir sind natürlich wieder mal live im Stream. Chats noch mal Hallo draußen an YouTube. So, Sweet, 7, 7, 6. Press 1 to play. Mit Empfehlung der Community. Ja, sah schon ein bisschen beängstigend aus. Mal gucken, was das für ein Game ist. So, was muss ich hier machen, ja. Please keep in mind, that's content is flashlighting. Aggressive with horror elements. Please keep in mind and progress at your own distraction. Okay, das heißt, dieses Spiel ist nur ein Spiel und es ist die Realität. Safe game functioning. Sue is to be completely single-sided. Äh, 50 Minuten. Geil. Geil. Sowas feier ich. 50 Minuten, Digga. Feier ich. Kurz, kurz in die Game. Ja, Turnvex Games. This is the scary one. Very scary. Okay. Okay. Marcy was found in her home. Dead. Sie hung herself. Sie hat sie aufgehangen. Huh? Sie hängt jetzt ab. She left her only family alone. Her seven-year-old son. Marcy was famous architect. A very well-known architect. Unfortunately, she became too well-known for the wrong reasons. It is my intention to prove that sweet 776 exists. To that I will photograph Marcy in motion. I will photograph her, even if it kills me, no matter what. Okay, will ich mir jetzt sagen, dass dieses Spiel der wahren Begebenheit. All that is left to do is ring her bell. That's all it takes. Just ring the bell. Okay. Aber die Grafik ist fett, ne? An die Grafikkuchen gerade eben. Bruder, die Grafik ist kacke. Bruder, die Grafik ist kacke. Ja, hast du Grafikspiel. Ja, ich bin im Aufzug. Aber schöner Boden, Alter. 774, 773. Aha. Stanislav Truschkowski. Ist das ein russisches Game? Ach, schönes Bild, ja. Guck mal, ist auch immer so Klassiker. Immer so schöne Bilder. Ne? An den Wänden platzieren. Ne, dieser Kontrast. Ich find's so, so geil, ne? 771, 776. Das heißt, wir gehen jetzt gerade in das Apartment. Von Marcy. Digga, ist das helllichter Tag? Guck mal. Das ist so richtig. Ich krieg grad Gänsehaut, ne? Ich krieg grad richtig Gänsehaut, Alter. Brr. Weil guck mal, draußen, guck mal. Du siehst keine Wolken. Die Sonne scheint. Guck mal. Oha. E2Read Note. I survived suit 776. It is real. Oh mein Gott. Hat er nicht gesagt, ich muss einfach ring the bell? Hat er nicht zu mir gesagt, ich muss es einfach drücken? Ich kann aber auch nicht rennen, ne? Maybe I should try ringing the bell again. Warum? Warum hat die Musik sich geändert? Second time. Zweite Mal, Digga. Zweite Mal. Zimmerservice. Sie wollten eine Reinigung. Ach, komm, Alter. Ach, komm. Am besten noch dritte Mal, ne? Ah. Das war Spaß mit dritte Mal. Hallo. Hallo. Decker, meine Anspannung ist gerade flöten gegangen. So scheiß Licht, Alter. Wer lacht hier? Wer lacht hier? Da ist jemand. Hey. Jetzt. Ich war kurz K.O. Jetzt bin ich wieder wach. Aha. Jetzt verhelligt der Tag. Jetzt ist Dunkelheit. Jetzt muss dunkel sein. Oh mein Gott. Ach, komm mal, Digga. Ach, komm mal. Hä? Das ist doch gerade auf den Kopf gefallen. Warum ist da ein Haken? Oh mein Gott. Ich hasse das. Am besten muss ich jetzt da rein, Alter. Hör doch auf, Alter. Hallo. Was geht ab, Alter? Ich hab ne Schüssel. Das hört sich an wie so ein Marius-Sound. Guck mal, da oben ist ne Kamera, Digga. Der nimmt das alles auf hier. Bist ja voll eklig. Ring the bell again. Ach, komm. Fuck you, man. Fuck you, man. Och, Digga, ich will da gar nicht reingucken, ne? Boah, es ist so dunkel, ne? Jetzt fehlt mir gar nicht so ein Verhängnis, Alter. Ja, danke. Ich küsse dein Herz. Oh mein Gott, du Motherfucker. Was? Ring, 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 ring. Soll ich noch einmal ringen? Soll ich noch einmal ringen? Ring, ring. Wie hast du denn ringen? Willst du noch ein Augen ringen? Wer war das? Ich hab dein Gesicht nicht gesehen. Also, und du machst es genau dann, ne? Wenn ich das gerade so... Da oben liegt etwas. Da oben liegt etwas. Oh, das ist aber eine schöne Küche. One, two, three, ready for creepy me. I will grab you from behind. Watch me, ring. Okay. Ab geht's, Alter. Ring. Kein Problem, ich ring. I will grab you from behind. Wo denn? I will grab you from behind. Oh mein Gott. Die hat einen Schaden, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das? Oh. Das war Nancy. Die hat einen Schaden, hat die. Der hat die Tür aufgemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat die Tür aufgemacht. Der hat einen Schaden, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Come upstairs. Guck mal, die spielt. Du willst mit mir spielen, ne? Du kleine Ratte. Was machst du hier? Bist du am Befummeln? Do not enter. Oh Jalla, ich mach auf. Schade. Alter, was hast du hier verbarrikadiert? Was falsch mit dir? Was hast du hier? Mini Fridge. 6, 7, 7, 7. 6, 7, 7. Oh, geile Anlage. 6, 7, 7, 7. Oh mein Gott. Was ist das denn, Dicker? Ich hab ein Foto von ihr gemacht. Die schläft, die Alte. Ey, ich will zurückgehen. Ich kann nicht mehr zurück. Ey, ich kann nicht mehr zurückgehen. Mein Gott, die bewegt sich. Ey, ich will diese Kamera verlassen. Ey, nicht, dass die jetzt kommt, ne? Alter, die ist ja riesig, die Alte. Ey, guck mal, auf einmal hat die Kamera sich gewechselt. Aber ich weiß nicht, wie. Hat die nicht gesagt, die grabt mich von behind? Moment. Warte mal, war die hier? Die war doch unten. 6, 7, 7, 7, 7. Geh mal weg. So, erst mal Foto hier. Okay, jalla, ab geht's. Ab geht's. Ein, ach, da hängt ja auch ein Foto. Das ist ja voll frech. Ey, hätte ich ja im Leben nie gesehen. 6. 6, 7, 7, 7. Bowl Cutter. Was kennst du denn? Aha, was kannst du denn damit machen, Alter? Was ist das hier eigentlich? Und führte das... Boah, Digga, das sieht so eklig aus mit diesem Gestell hier. Da krieg ich schon so einen kleinen Schauer hinterm Rücken. Oh mein Gott, ich komm hier nicht mehr raus aus diesem verkackten Apartment. Und es fängt auch noch an, es hier zu blitzen. Ich muss wieder hoch. Ja, die hat ja vorhin was davon erzählt, dass sie gerne... Ach, die stand hier, die Marcy. Stand die hier? Ach doch, die stand genau hier, Alter. Üüüüü, hab ich gar nicht gecheckt. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ich dachte, die steht unten. Was hiermit? Ah, korrekt, Schlafzimmer. Pick a bar. Okay, ich hab hier etwas. Was ist das? Okay, das ist nichts. Was steht da? Ring, 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 ring. Die ist am Duschen. Die ist unter der Dusche. Ich geh mit duschen. I don't think I want to do that. Doch, glaub mir. Mach mal. Ey, Marcy, bist du nackt? Wolltest du mal drunter gucken? Wolltest du mal gucken? Lass ich mal gucken. Komm, bitte. Nur einmal kurz gucken. Lass ich mal einmal gucken. Weil da mach ich Foto für Facebook. Okay. So, was steht hier? Also. Oh mein Gott. Das ist so zum Kotzen. So, ich hab einmal gerinkt. Was geht ab? Oh mein Gott. Die ist da nicht mehr. Versuch, das jetzt mal zu verstehen. Das, was ich davor angeschaut habe. Alter. Alter. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter. Ohne Licht ist scheiße. Die läuft hier irgendwo rum. Du kannst ja nichts anderes außer mich erschrecken. Aber wie willst du mich erschrecken? Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Dafür, dass du die Tür aufgemacht hast. Ich küsse dein Herz. Ich hab keinen Akku mehr. Digga, das ist schon. Das ist schon krank. Du weißt immer ganz genau, wenn du irgendwas aufhebst. Naja, dann einerseits fühlt sich das gut an, weil du weißt, dass du weiterkommst. Aber andererseits fühlt sich das gar nicht gut an. Gemischte Gefühle, Alter. Weil du weißt, dass du gar nicht im Arsch bist. Du weißt, dass du am Arsch bist. Das ist das, was du empfohlen hast. Suite 776. Ja, wenn du es empfohlen hast. WUAHU! Keine Missit. Der hat wieder Strom ausgemacht. Ey, das gibt's doch nicht. Ich fühl mich einmal gut safe, Alter. Woher kam der denn? Woher kam die denn jetzt schon wieder, Alter? Die war einfach hier zwischen, Mann. Kleine Missit. Ach, warte mal. WUAHU! Mache ich Foto, tue ich Facebook. Warum ist es so dunkel geworden? Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Fick mein Leben, Digga. Aaaaaah. Hab ich gar keinen Bock drauf. Sie ist weg. Oh mein Gott, Alter. Sie ist Boss. Mach mal eine geile Pose. Genau, mach diesen. Geh in die Ecke, mach so Arme zusammen. Das kommt heavy. Das kommt richtig geil. Also, ich bin unten in der Welt. Das ist weg. Ich bin unten in der Welt. Ja, mach das. Das ist weg. onibe. Vielen Dank.